Eine Himmbeere, oh mein Gott. Hase, Hund, Hase, Hamster. Niemand hat Hund genommen, krass. Ja, überraschend tatsächlich. Ja, weil ich wusste, dass andere Leute Hund nehmen. Musst ja auch immer ein. Dadurch hab aber nur ich Hund. Ich hab Zeit, um so etwas zu denken. Himmbeere ist kein Obst und kein Gemüse, das ist eine Nuss. Ja, aber Nüsse sind... Nüsse sind Obst. Ja, sind sie tatsächlich. Okay. Das ist, also, ich hab da letztens in Süßen darüber geredet, dass Bären zu Nüssen gehören ist einfach das Dümmste, was es gibt. Da stimme ich nicht zu. Genauso wie das Muscheln angeblich Tiere sind. Ja. Hä? Du hast wahrscheinlich dein Leben lang immer nur leere Muschelschalen auf dem Strand aufgehoben. Nein, das akzeptiere ich einfach nicht. Genauso wie Quallen. Das sind für mich auch keine Tiere. Bei Quallen, finde ich, ist es sehr, sehr argumentierbar, aber Muscheln, die haben komplett dieses fucking Organsystem, wenn du die aufklappst. Ja, und? Ich meine, das schmeckt auch, aber... Das ist ja auch die Definition von einem Lebewesen, das wollen wir mal nicht anfangen hier. Also, Definition Lebewesen war erstes Thema Biologie, fünfte Klasse, ja? Nee, nee, das stimmt nicht. Das ist jetzt nicht die Definition von einem Lebewesen.